Wer jetzt? Alles. Alles Arschlöcher! Komm, lass uns noch ein paar Pillen besorgen. Ich will nach Hause. Bitte. Wie Mimie Domspitz. Das ist echt... Ach, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ihre Schwester macht sich Sorgen um sie. Das war so klar. Was ist denn jetzt wieder? Gib doch einfach zu, dass du sie geil findest. Ja, sie ist ganz hübsch. Na und? Was spielt denn das hier für eine Rolle? Keine. Außer, dass es dir total die Sicht auf die Tatsachen vernebelt. Mach du, was du willst. Ich geh da jetzt nochmal hin. Was? Wohin? Zu Anna Domspitz. Ja, war ja klar. Viel Spaß. Was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Schön, das Arschloch. Lecken. Das Arschloch, nicht die Pussy. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Das Arschloch. Das Arschloch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017